Hallöchen. Hallo. Wir sind heute auf einer sehr aufregenden Mission. Was machen wir? Wir kaufen den Van. Den Van. Wir sind nämlich, wie ihr seht, im Zug. Wir sind jetzt schon fast da und schauen uns den jetzt an. Wir sind voll optimistisch, gell? Ja. Also eigentlich sind wir uns wirklich, wirklich sicher, dass er das wird, dass wir mit dem nach Hause fahren. Wir freuen uns unfassbar, weil es echt früh ist, als wir erwartet haben. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es wird. Es ist offiziell. Es ist amtlich. Wir haben unseren Van. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Wir werden nicht direkt heimfahren, da es jetzt schon fünf ist und wir noch sieben Stunden nach Hause haben. Wir werden jetzt ungefähr eine Stunde fahren. Dann sind wir in Leverkusen und da haben wir ein Hotel, haben uns auch eins gegönnt, was eine Sauna dabei hat, dass wir heute den coolen, aber auch ein bisschen anstrengenden Tag noch geil ausklingen lassen können. Aber vor allem sind wir einfach so hyped, weil wir einfach jetzt unser Fahrzeug haben. Und das halt viel früher, auch als wir ursprünglich gedacht haben. Und sind richtig happy. Wir zeigen euch den natürlich auch in Ruhe, aber er hat ja eigentlich alles, was wir uns so gewünscht haben. Das heißt, jetzt wird es hier dann richtig spannend. Wir sind richtig pumped und haben richtig Bock auf unseren Ausbau. Der Fabian hat in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei Wochen ungefähr 100 Stunden Minimum auf YouTube verbracht. Shoutout an den Dennis Coburger. Und hat sich alles an Wissen angeeignet, was er eigentlich nur so finden konnte. Und wir haben uns einen Plan geschrieben, was wir in welcher Reihenfolge machen. Wir wissen genau, wie das Layout ausschaut. Wir wissen ziemlich genau, was wir brauchen. Das heißt, wir können jetzt in den Vorgang gehen, dass wir einkaufen, shoppen und dann loslegen. Ich bin richtig begeistert und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann es noch gar nicht so richtig fassen. So cool. Wir sind jetzt ganz in der Nähe von Leverkusen. Heißt es Krusen oder Kusen eigentlich? Leverkusen. Leverkusen. Und haben ein Hotel. Wir haben uns jetzt gleich mal aufs Bett geflätzt. Wir sind echt durch. Wir waren vorhin noch kurz eine Kleinigkeit essen und von meinem Platz aus konnte ich direkt sehen, wo unser mehr entsteht. Und habe immer wieder gesagt, guck, guck, da steht er. Was einfach so surreal ist. Ich meine, wir haben jetzt wie lange? Zwei, drei Jahre? Hatten wir diese Vision, ja. Bestimmt diesen Traum gehabt und immer davon geredet, dass das jetzt passiert. Und manchmal war es noch so weit weg. Und jetzt sind wir immer konkreter geworden. Und jetzt ist es aber einfach krass schnell passiert. Also wir haben ja eigentlich so ein bisschen geplant, dass wir im Januar, Februar auf die Suche gehen und dann so langsam einen kaufen und mit dem Ausbau starten. Und jetzt ist es halt einfach noch Ende Dezember und wir haben den Van. Also richtig krass. Wir sind aber ja total happy, haben wir glaube ich schon gesagt. Zeigst du uns jetzt gleich den Van im Helm? Ja. Ja. Da ist er. Nein, das wisst ihr doch nicht. Ich weiß. Da ist er. Da ist er. Kleines Vermögen getankt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind auf dem Heimweg. Mittlerweile schon seit ein paar Stunden. Und haben eine ganz coole Überraschung jetzt gehabt. Unser bester Freund der Niklas, den kennt ihr schon aus den Wohnwagenvideos. Der ist gerade an uns vorbeigefahren. Der ist nämlich heute auch auf dem Heimweg aus der Richtung, fährt jetzt gerade vor uns. Und wir werden uns jetzt gleich zum Mittagessen an einem Rastplatz treffen. Und es war irgendwie total cool. Das ist gerade festzustellen, dass der irgendwie ein paar Kilometer hinter uns ist und hat uns jetzt überholt. Und ja, jetzt verbringen wir dann eine coole Pause miteinander. Willkommen zu Hause. Hallo. So, ich bin gerade unterwegs zum Baumarkt. Erster Baumarkt. Besuch. Und mein Plan ist es, dass wir so strukturiert vorgehen, dass wir nicht 50-mal und mehr im Baumarkt müssen, sondern dass durch eine coole Planung einfach immer alle Teile da sind. Ja, es bleibt spannend. Jetzt geht's los. Jetzt packen wir es an. Jetzt starten wir. Und ja, ich lege jetzt los mit den Seitenverkleidungen und mit dem Boden. Und mach den erstmal nackig, den guten Fiat. Das Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Heute ist unser erster richtiger vollwertiger Arbeitstag, kann man sagen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich schon gemacht. Und zwar, wir haben alle Verkleidungen rausgenommen, haben die Bodenplatte rausgenommen und waren sehr glücklich, dass sich da kein Rost drunter gefunden hat. Wir waren ein bisschen besorgt, weil in dem Van waren mal lauter Regale drin. Und hier Wind jetzt ganz schön. Und die waren durch den Boden festgeschraubt. Also wir haben durch die Bohrlöcher am Boden gesehen. Und das ist natürlich eine potenzielle Rostquelle, aber es war ja gar kein Rost. Wir haben jetzt gerade die Bodenplatten mal noch andersrum reingelegt. Und zwar mit der glatten Seite nach oben. Das heißt, wir haben sie quasi einmal gespiegelt und sind ganz happy, weil wir die eigentlich so als Grundlage für unseren Boden hernehmen können. Wir werden jetzt die Platten wieder rausnehmen und dann werden wir den gesamten Van mal putzen. Der schaut nämlich aus wie Sau, ist richtig dreckig und verranzt. Wir werden auch diese Wand hier hinter uns rausnehmen, die Trennwand. Let's go, oder? Let's go, würde ich sagen. Jetzt habe ich vielleicht nicht rausgekommen. Jetzt habe ich vielleicht rausgekommen. Nächste Sequenz, putzen mit System. Okay, was ist das System? Ja, das wollte ich mit dir gerade besprechen. Okay, also wir haben schon gestaubsaugt. Es schaut jetzt wesentlich viel besser aus als vorher. Ich habe mit so einem Bürstenaufsatz auch die Wände schon abgesaugt. Da ist der größte Staub runter, zumindest da, wo ich hingekommen bin. Das heißt, das müssen wir jetzt sauber machen, gell? Und den Boden. Den Boden macht natürlich Sinn, dass wir den als letztes machen, weil sonst laufen wir da immer drüber. Wir machen es grob sauber, weil wenn wir isolieren, entfänden wir nochmal alles. Und das ist, da das Fahrzeug ja benutzt wurde, ist da schon echt eine massive Staubschicht drauf. Genau, darum putzt man auf zwei Schichten. Und jetzt grob und dann entfetten vom Ende. Können wir den Boden hinten in den richtigen Wischer mischen? Wenn wir da auf den Knien in so einem Tuch rumkriegen, kommen wir nie hinterher. Na, freilich. Zack, zack, zack. Fünf Minuten. Du filmst. Ich film. Also, du hilfst, aber... Ich film. Und du machst fünf Minuten. Zack, zack, zack. Du beweisst, wie er filmt. Finde ich einen guten Deal. Fünf Minuten braucht. Nein. Alles klar. Let's go. Also, Fabian, deine Challenge. Wir schaffen es, in fünf Minuten den Boden zu putzen. See. Let's go. Time is up. Ja, ich würde sagen, 70% Karriere ist schlecht. Wunderbar, schlecht. Lügner. Aber, naja, arbeiten von super sehr. Und das hat uns definitiv angesprochen, oder? Ja. Okay. Musik, start. So, der Boden ist komplett sauber. Zumindest die erste Schicht sauber. Es darf sicherlich noch ein bisschen mehr intensiver gesäubert werden. Aber für heute sind wir zufrieden. Genau, Fabian ist schon reingegangen. Der macht nämlich Kapsalong. Unser Lieblingsessen aus Holland, was wir dort kennengelernt haben. Wenn ihr das noch nicht kennt, schaut unbedingt mal hier vorbei, da könnt ihr das sehen. Und ich würde sagen, damit machen wir für heute Feierabend. Und morgen geht's weiter. Bis dann. Beste Ware. 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 Vielen Dank.